Südafrika, an Tag 15 im Legenden-Dschungel bringt Sarah Knappig, 37, die Camper zur Weißglut, weil sie die Schatzsuche nicht ernst genug nimmt. Auf Riesens verfolgt Riesenhunger. Die Besten der Besten, freut sich Sarah über die gemeinsame Schatzsuche mit Gigi Beruffio, 24. Doch die Freude der beiden hält nicht lange an. Bereits den richtigen Weg mithilfe der Landkarte zu finden, gestaltet sich schwierig, doch dann kommt es noch deutlich schlimmer. Oh nein, Zahlen und Buchstaben. Da sind wir nicht gut drin, an Beruffio und schlägt sich die Hand vor die Stirn. Während der Italiener im Schlammbecken nach Bällen sucht, muss Sarah ein Rätsel lösen, was letztlich zum Schlüssel für die Schatztruhe führt. Doch während sich Gigi begeistert im Schlamm wälzt, flippt Sarah völlig aus. Bruder spritz mal nicht so krass, meint sie den 24-Jährigen. Immerhin sollen ihre Haare nicht dreckig werden. Um eine Legende zu sein, musst du auch dreckig sein, erklärt Gigi und spritzt Sarah absichtlich mit Schlamm voll, bis dieser eskaliert. Bruder du bist der ekelhafteste Mensch der Welt, keift sie. Ibis, Sarah knappig bringt alle gegen sich auf. Zurück ins Camp geht es allerdings ohne Schatz, denn die ausgewählten Schlüssel passen nicht. Durch die abgebrochene Dschungelprüfung vom Vortag heißt es hungern. Leute, tut mir leid. Sorry, dass ich meine Haare nicht schmutzig gemacht hab, rechtfertigt sich Sarah, nachdem Gigi den übrigen Campern vom Spiel berichtet hat. Das ist scheiße Sarah, findet Daniela Dani Büchner, 46, und Georgina Fleur, 34, und Mola Adebisi, 51, stimmen zu. Immerhin hätte sich Dani sogar wohlgemerkt mit Extensions freiwillig in den Schlamm geworfen. Nur Kader Loth, 51, tröstet die aufgebrachte Sarah, die zum Gegenschlag ausholt. Lerne erstmal, ein Mann zu sein, keift sie Gigi an und Mola solle aufhören, sich wie der heilige Jesus im Camp aufzuführen. Auch gegen Büchner und Georgina teilt Sarah ordentlich aus und verweigert trotzig ihr karges Abendbrot. Als Höhepunkt der Rache verwehrt Sarah aufgrund von Rückenschmerzen die Teilnahme an der Dschungelprüfung und kostet die anderen Camper somit noch mehr Nerven und einen sechsten Stern. Ich bin ein Star, Showdown der Dschungellegenden läuft täglich ab 20.15 Uhr auf RTL. Bei RTL Plus sind alle Folgen jeweils einen Tag vor TV-Ausstrahlung im Stream verfügbar.